Und da noch mit der 4.40 von der Ballie, Georges Hartley. Wir haben die Liga für Nynke Zabiesma. Nynke Zabiesma. Auf der Drehposition von Bob Doorman und Marcel Sebastian. Ja, der da ist Besucher von Nynke Zabiesma. Die Blasch, aber nicht lange. Die fährt einfach durch. Auf 2. Nynke Zabiesma auf 2. Bob Doorman in Führung. Marcel Sebastian auf 2. Und das ist John Hartley auf 4. Arma, die Fronthand. Mr. Bob Doorman. Nynke Zabiesma, Marcel Sebastian, John Hartley und Lando Michaelis. Ja, ich dachte mal, ich muss warten. Nynke Zabiesma. Ja, Nynke, kann das Tempo mitgemessen, Bob Doorman. Aber es kommt nicht wirklich, wie gerade an den Abwarten. Named in den neuen Raten. Da war er. Land oben, wie er hin ist. Ja, auf dem Moment kann der Fortwunscher etwas ausbauen. Dann denke ich, das ist der größte Ort. Dann können wir, das ist der richtiger Regenrein. Ja, dann haben wir ihn. Land oben, wie er hin ist. Ja, dann haben wir 5 Punkte. Die nächsten 5 für die L-Farbe weiß für Bob. Moment, 4 Punkte für die L-Farbe rot und linke. Zeit, erst mal 3 Punkte für die L-Farbe gelb, mach der Sebastian. Ja, die L-Farbe schwarz-wein, John Hartley. Und ein Punkt für die L-Farbe. Ja, die L-Farbe weiß für die L-Farbe. Land oben, wie er hin ist. Land oben, wie er hin ist, mit der Startnummer 3. Ein Punkt.